Der Tag, im neuen Quelle-Katalog, immer wieder überraschend, Quelle. Bevor wir uns jetzt auf ein Abenteuer einlassen, möchte ich Sie noch auf eine Sendung heute Abend, am späten Abend, aufmerksam machen. 0.25 Uhr, das Sketch Hotel. Sketch Hotel, das heißt Herz, Schmerz und rührende Schicksale, die bis aufs Zwerchfell durchschlagen und das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Doch jetzt zu dem Abenteuerfilm, die Unerschrockenen mit dem Superstar John Wayne und dazu wünsche ich Ihnen gute und spannende Unterhaltung. Untertitelung des ZDF, 2020